Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily an diesem Donnerstag, dem 2. Januar 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 757 und heute habe ich die folgenden Themen mit für euch dabei. Brustkrebs, Windows 10, Realme und Star Wars. Ich beginne gleich mit einer Krankheit, die zumindest nach Zahlen in den Staaten jede achte Frau betrifft. Brustkrebs, etwas was man niemandem wünscht und deshalb unbedingt erkennt werden muss. Und Google ist, wie man ja weiss, im Bereich Gesundheit ganz fleissig mit dabei. Google's Health Kit ist eine, oder Health KI, besser gesagt, ist eine KI, die eben besser sein möchte als die Ärzte es sind und das haben sie jetzt unter Beweis gestellt. 90.000 Röntgenbilder wurden insgesamt untersucht, 76.000 Bilder stammen aus Grossbritannien, 15.000 aus den Staaten und die ganzen wurden analysiert. Natürlich eben von der KI, aber auch von Ärzten und es ist so weit, Google hat besser abgeschnitten als die Ärzte. Und das Spannende daran ist, in beiden Ländern wird das Gleiche nicht gleich untersucht und Google hat sogar die Kriterien des jeweils anderen Lands genommen und diejenigen anderen Bilder angeschaut und war dennoch da besser mit der KI. Also da ist sehr, sehr stark was am Lernen und Tun. Finde ich cool, finde ich auch wichtig, denn KI und das ganze Zeug sollte man auch sinnvoll einnutzen. Und in der Medizin ist da sicherlich noch sehr viel Luft nach oben, wenn man denkt, wie diversifiziert unsere Hausärzte und so sein müssen heutzutage, um auch gewisse Dinge zu erkennen. Und da ist sicherlich KI ein riesen Fortschritt in dem Bereich. Weiter geht es mit Windows 10. Das hat ein bisschen enttäuscht im letzten Jahr, zumindest sagen das die Net Market Share Zahlen. Denn im letzten Jahr war Windows 10 dafür verantwortlich oder hat es Windows 10 mit dem Weihnachtsgeschäft geschafft, so rum geht es genau, um die Zahlen nach vorne zu bringen. Somit, dass Windows 7 geschlagen wurde und das erfolgreichste Betriebssystem Windows 10 wurde. Und man erhoffte sich, wahrscheinlich vor allem auch Microsoft, dass im Weihnachtsgeschäft und Black Friday-Geschäft das Ganze deutlich nochmals sich steigern wird. Aber dem sei anscheinend nicht so gewesen. Ich gehe mal davon aus, dass der eine oder andere Rechner vielleicht noch nicht aktiviert wurde und somit dann das vielleicht nicht mitgenommen wurde. Ansonsten wäre es fast schon ein wenig traurig. Aber wie gesagt, das sind nur die Zahlen von NetShare-Dingsbummens und glaube keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Xiaomi, kennt ihr, die machen ja auch Smartphones. Die haben sie vor kurzem auf den Markt geschmissen mit Werbung, womit sie das Ganze dann auch deutlich günstiger raushauen konnten. Und das war mit dem MiU 11 und etc. Und jetzt geht anscheinend die Unterfirma von Oppo, Realme, den gleichen Weg und will hier in Europa mit gesponserten Geräten auf den Markt kommen. Das heisst, System-Apps haben Werbung drin, so wie man es früher von Amazon Kindle oder auch heute noch von Kindle-Versionen kennt, die gesponsert sind. Realme geht da aber einen Schritt weiter und möchte sich dem Shitstorm entgegensetzen. Sie geben auch gleichzeitig die Anleitung, wie man die Werbung rausbekommt. Ganz speziell. Aber ja, wenn man auf den Markt drücken will und erfolgreich sein will, muss man am Anfang halt richtig Gas geben. Gas geben kann man auch bei Google Maps, wenn man die Erde verlässt und rausgeht ins Universum. Pinch-to-Zoom funktioniert das relativ einfach, war bis jetzt so eine kleine holprige Geschichte, je nach Ladezeit und Geschwindigkeit des Gerätes ging es ein bisschen längsamer. Jetzt gibt es eine Animation und das war ein bisschen ein, ja, wie soll ich sagen, ein Cliffhanger, Star Wars, Star Wars ähnliche Animation. Wird zumindest nirgends so genannt, aber wer Star Wars kennt, der kennt sicherlich die Animation. Ich würde mir das möglichst schnell anschauen gehen, denn wer weiss, vielleicht ist die Animation bald schon weg und die alte kommt wieder. Ja, das war's heute mit den Neuigkeiten. Der eine oder andere wird heute sicherlich noch frei haben von euch. Geniesst den Tag und macht was Schlaues. Räumt eure Smartphones auf, macht Backups, macht unbedingt Backups. Oder geniesst den Tag. Schaut ein paar Streaming-Geschichten, Netflix, Skyshow etc. Oder geht mal nach draussen, da soll es schön sein, habe ich gehört. Ich laufe jetzt zuerst mal nach Hause, ins Nachbardorf. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag und bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.